Herzlich Willkommen bei meinem neuen Video ähm dieses Video ist nicht, wenn ihr euch wundert warum dieses Video so kurz ist ja weil es ein kurzes Video ist wie ihr wisst freut mich woher ich so viele Minzen habe ich habe einfach sehr viele Kühe und Hühner und noch dazu ähm habe ich hier etwas bemerkt hier wenn ich zu den Hühnern gehe so ich gehe hier so rein ganz normal und hier ist Weizen dieses Weizen bauen wir jetzt ab damit wir das auf Geld tauschen können danach kaufe ich mir noch einen Schafstall sollte eigentlich auch ganz gut sein oder auf einen großen Kuhstall noch fahren so hier Weizen so Weizen äh zwei Coins aber immer noch irgendetwas Schiebstahl wow 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 ähm das war kein Fehler dass ich diesen Schiebstahl den Schafstall gekauft habe weil hier gibt es schon viel Weizen wo wie viel weizen gibt es hier denn ach so ja weil ich wo noch mehr weil schaffe ja weizen essen also im großen kuhstall auch eigentlich so viel sehr viel sein und ich habe nicht einmal alles noch vielleicht noch hier im garten etwas noch mehr hier kommt jetzt noch mehr und das alles verkauft jetzt haben sich geld bekommen so kann ich vielleicht noch ein schaf eigentlich kaufen ja halt genau von schlaf so nur 21 20 20 eigentlich ganz effektiv man kann ja dort irgendein Milch verkaufen Wenn ich Impfstoffe Ich denke, das ist hier, oder? Ja. Okay, wie sollen wir diese Zollmilk bekommen? Also Eisen wäre jetzt auch nicht schlecht, denn ich kaufe mir jetzt ein Schaf, und wenn ich genug Schafe habe, werde ich danach wieder Hühner kaufen. Okay Leute, ich suche ein bisschen Eisen, damit vergeht eine Ewigkeit und für euch vergeht gar nichts. Also Leute, ich habe Eisen gefunden in einer Truhe, sogar sieben Stück. Wir werden uns erstmal einen Eimer machen, so einen Eimer erstmal, weil das Eisen könnten ja auch was anderes gebraucht werden. So, Kühe kommt her. Ich will nicht zu euch springen. Ach so, da ist eine Kühe. So, hallo, kippe Milch. Okay. Ah. Mano, ich will sie nicht Milch geben. Ach so, ja, in der Nähe von diesem, einem Dorf, was ich mal, was ich gefunden habe. Oder gibt es hier oben was? Das Dorf, wo ich mal, äh, ein bisschen etwas, sehr viel Weizen gefunden habe. Dort renne ich jetzt hin auf dem Weg, sollen mir auch Kühe herkommen. So Leute, ich habe hier ein paar Kühe gefunden. Die nehme ich jetzt auf Leinen. Ich brauche noch eine Kuh. Ich habe hier ein paar Kühe gesehen. Ja. So Leute, ich habe die Kühe jetzt genommen. So. Jetzt gehen wir weiter. Ja. Erstmal nehme ich schon mal Milly. Okay, was kann ich denn jetzt nehmen? Aber wirklich, S. Und jetzt ein O. Wie macht man dieses Soy Milk? Okay, ich gehe jetzt zu diesem, zu diesem Villager. Hm. Kann nur da raus. So. Blue. Blue, denke ich jetzt schon. Blue. 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 Aber wie soll ich das Ganze craften jetzt eigentlich? Okay, Brot ist vor, verstehe ich. Verstehe ich. Das ist sehr sinnlos, das soll ich es kaufen. Obwohl die Kühe sind schon mal dort. und ich gehe und mache ich mal hier noch Canola so, das ist, es kommt jetzt mit die Canola ist jetzt, muss ich hier aufladen wir gehen das erste schon mal hinsetzen, also schon mal in die Erde reintun er ist genau, wann ich, da rede ich in mein Kopf, wo ich es im echten Leben eigentlich machen müsste ok, das muss ich jetzt irgendwie absetzen ich mache das, ich mache das so lange und in der Zeit drücke ich noch auf Pause Leute, das war so schwer äh, erinner zu machen leider habe ich dieses blaue Ding jetzt verloren ja, weiß ich nicht die beste Nachricht dieses blaue, ne, das blaue brauche ich eh nicht erstens seitens ich habe das schon ja so, ich kaufe mir jetzt einen großen Kuhstall wow 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 wow, wow 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 so, das wird jetzt auch mal schwarz sein ich kaufe mir also, wie gesagt, also so Man kann so leicht sagen, ich kaufe mir erst mal Aktien und dann kaufe ich mir schon die Sachen, die ich brauche. Ja, hier gibt es sehr viel Weizen. So Leute, ich baue jetzt das ganze Weizen ab. Für euch vergeht eine Sekunde und für mich eine ganze Ewigkeit. So Leute, ich baue jetzt. So Leute, ich baue jetzt. So Leute, ich baue jetzt alles verkauft. So Leute, ich baue jetzt auch so leise Musik. Okay, Leute, das war es eigentlich auch mit diesem Video. Und zwar ist es ja jetzt doch nicht so kurz geworden, wie ich erwartet habe. Aber trotzdem, das wäre es auch mit diesem Video. Also, stellt noch ein Like da. Vergesst nicht zu abonnieren. Denn solche Videos, auf meinem Kanal kommen Videos fast eigentlich jeden Tag. Deswegen wäre es ganz, ganz schön für mich und für euch. Genau gesagt, für genau dich, der dieses Video guckt. Einfach zu abonnieren, um ein Like zu stellen. Okay. Ähm. So. Ja. Also, ich wäre sehr dankbar für das, wenn ihr es jetzt macht. Also, das war es auch mit diesem Video. Hm. Ihr seht hier jetzt ganz schnell verschnellt, wie ich das Ganze nehme und verkaufe und dann bei online ein paar Kühe und so weiter kaufe. Und dann, wenn ich das Ganze mache und dann ein paar Kühe und so weiter kaufe.